Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Spaß beiseite! Welcher Spaß, oder? Das soll auch heute gar nicht das Thema sein. Willst du 110% in deinem Leben geben? Nein, du. Hast du es schon mal 110% gegeben? Nee. Würde ich 110% aus euch rauszuholen. Ich will euch hier ein bisschen dazu verhelfen, 110% zu... So Leute, ein extrem wichtiges Video für euch, um 110% zu geben. Aber wenn ihr 110% gebt... Also, wir haben nämlich Fragen auf Instagram vorgebracht. Ich habe auf meinem Instagram-Account ein Bild gepostet. Wir haben Fragen vorgebracht. Wir haben Fragen... Wir haben Fragen... Wir haben Fragen für uns vorbereitet. Wie krass geil wär das? Wie krass geil wär das? Welche... Wenn wir jetzt hier... Nen Vlog drehen würden? Welche... Farben wir... Wir... Riechen würden? Wie krass geil wär... Urlaub. Des öfteren gefragt, ähm, wie es aussieht, wann eure Bestellungen... Von dem Insko-Wein 20-Märchen zu euch nach Hause kommen. Des öfteren alleine im Lager bin. Ich bin einfach alleine im Lager. Nicole Chuck ist auch super wie ihr... Warte schon mal kurz... Was stimmt? Der Preis stimmt. Die Qualität stimmt auch. Ich muss sagen, wir haben einen super Versand. Also, wenn wir vor 18 Uhr bestellt, ist es schon am nächsten Tag bei einem Dein. Okay, und was noch? Es wird halt mit viel Liebe von mir verpackt auch. Viel Liebe verpackt auch. Alles klar. Sascha, ich dank dir. Digga, mach's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Der Punkt ist es einfach folgende, okay? Und zwar wir haben... Ich hab grad nochmal nachgezählt, das sind 50 Euro zu wenig. Natürlich, vor mir haben wir noch ein paar Fragen beantworten, damit das Video noch einen Sinn hat, ja? Guck doch eigentlich mein anderes Hobby, als mir immer auf den Sack zu gehen! So liebe Leute, hier ist die Frage von der Larissa, und zwar, wie verbringt ihr Weihnachten, ja? Oh mein Gott, was ne Frage, wie verbringt man Weihnachten an? Nächste Frage. Also, ich denk mal, wir verbringern Weihnachten mit unserer Familie. Wer feiert denn schon Weihnachten? Ich sitze immer an Weihnachten so allein zu Hause, so. Wie genau hast du Karl kennengelernt? Oh mein Gott. Ich hab den angeschrieben, so. Oh mein Gott, ja. Niko, geil. Wie geht Sascha damit um, dass er ADS hat? Gar nicht. Nächste Frage. Sascha, ich... Nein. Nächste Frage. Sascha, ich weiß... Ich weiß, dass du spritzt, sieht man direkt. Wieso wissen wir deinen Nachnamen nicht? Wisst ihr doch, Sascha Hellinger. Jan Sascha Hellinger. Also, ich hoffe, die kleine Episode... ...verfisst doch! Jo Leute, danke fürs Zuschauen. Morgen kommt ein Video mit Karl im Gym, also bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt wird noch Zeit, ich verlinke euch unten drunter. Checkt den Doc, checkt den Tunnelblick, checkt die J-Klamotten und checkt dieses krasse Mineralwasser, wie krass geil das schmeckt. Checkt auf jeden Fall noch meinen Channel, checkt vielleicht noch das Eastside Gym, Checkt vielleicht noch, keine Ahnung, das Telefon hier von Telekom, alles richtig safe. Ey, aber das machst du, Alter. Das machst du.